Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg. So, wir sind in Sasau beim Gerber und der gute Mann, ja, der hat Ärger mit Raufbollen und mit dem sollen wir jetzt mal reden oder zur Not wahrscheinlich sie verprügeln, keine Ahnung, werden wir sehen. Das ist aber ihr Mann abends, aber wir können ja nochmal mit dem reden. Ist da noch eine Option frei? Ich werde dir helfen, das haben wir eigentlich soweit eh gesagt. Krawallmacher bereiten dir Kopfschmerzen? Ähm, ich kümmere mich um sie. Haben wir das noch nicht gemacht? Doch, haben wir doch gemacht. Ich könnte mich um sie kümmern. Nun ja, du siehst aus, als könntest du Berge versetzen. Ja, das hatten wir schon. Warum das jetzt nochmal hier ist, weiß ich auch nicht. Okay, aber, ähm, jetzt kann ich hier nicht mehr raus. Hilfe! Ich wage es nicht, mich hier allein zu stellen, doch... Vielleicht kann ich sie zur Vernunft. Als und Beinbruch, Junge. Moment, jetzt geht es jetzt nur noch raus. Ja, teilweise. Okay, wir müssen warten, ähm, bis es Abend ist. Wie spät haben wir es denn? Vielleicht könnten wir noch was anderes machen. Die ganzen Sachen, die sind ja hier sowieso alle in Sasau. Hier zum Beispiel B wäre, frage den Sasauer Schinder nach den Pressern. Ich weiss nicht, wie lange das dauert, aber das kann ja nicht ewig dauern. Ähm, können wir da schnell reisen? Sind ja doch zwei, drei Meter. Also da muss man... Oh, da können wir schnell reisen. Das ist ja genial. Dann lass mich aber auch schnell reisen. Moment, jetzt klappt's. So, dann müssen wir jetzt nicht über den Fluss rüber, sonst bleiben wir wieder stecken. Wir kennen das doch. Gut, das müsste der Marktplatz sein. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir abends dann wieder zurück sind. Das ist ganz klar. Wo ist das jetzt genau? Wenn wir hier schauen, ähm... Das ist in dem Haus nebenan beim Vogt. Okay, das ist der Vogt und dann ist da der Kollege Presser. Ist der zu Hause? Hallo, bist du der Presser? Äh, der Schinder, meine ich. Der Totengräber, jawohl. Beste Grüße. Beste Grüße. Bist du der Schinder hier? Ich bin der Totengräber. Und wenn's keine Begräbnisse gibt, kümmere ich mich auch um die Scheiße und Kadaver. Du weißt bestimmt vieles, was andere nicht wissen. Bin ein anständiger Kerl. Nicht immer ehrlich, aber anständig. Okay, ist hier irgendwas Verdächtiges? Und was hat sich so ereignet? Wir machen mal das hier. Ist hier etwas Verdächtiges im Gange? Und wie? Stell dir vor, Kerzen werden aus der Kirche gestohlen. Schamlos. Wer tut denn sowas? Ah. Aber du hast nichts über Leute gehört, die Abenteurer und Banditen anwerben. Wie soll ich sowas hören? Die meisten Leute gehen mir aus dem Weg. Ich geh auch kaum noch ins Wirtshaus. Hm, okay. Ähm, und was hat sich denn so ereignet? Und was ist in Sasau in letzter Zeit so passiert? Nichts Interessantes. Dieses Miststück wurde abgeschlachtet. Aber sonst? Was? Wer war sie? Jemand von hier? Und das nennst du nichts Interessantes? Oh, ich meine eine Hündin. Ist schon Weilchen her, dass ich sie wegschaffen musste. Was ist passiert? Sie sah aus, als wäre sie zerhackt worden. Die Leute hatten Angst, dass es ein Dämon war. Aber ihr rückte wohl eher einer mit Schwert oder Axt auf die Pelle. Und warum würde jemand so etwas tun? Wer weiß. Vielleicht hat jemand wo rumgeschnüffelt, wo er nichts verloren hatte, und die Hündin ist auf ihn los. Hab gehört, dass sie sich im Kloster um einen Kerl mit Hundebissen gekümmert haben und ihn wegen dem gebrochenen Bein dabehalten. Vielleicht ist er das. Mhm, mhm. Frage, das verwundete Großmaul im Kloster. Nach den Pressern. Okay, das werden wir machen. Ich muss jetzt los. Ja, weil wir haben noch was zu tun. Aber du bist stets willkommen. Die Leute meiden mich. Es sei denn, es geht um den Tod. Oder eine volle Senkgrube. Ja, das ist irgendwie verständlich, dass der Totengräber nicht der beliebteste Mann im Dorf ist. Das leuchtet mir ein. So, Schnellreise zurück wird nicht funktionieren. Das müssen wir entweder mit Pferdchen oder zu Fuß machen. Aber ich würde sagen, wir können das auch mal zu Fuß machen. Oder wie spät haben wir es denn? Können wir noch was erledigen? Jetzt ist es 18 Uhr. Haben wir noch was in der Nähe? Ähm, hier hätten wir C. Frag den Wirt des Gasthauses zum Vormann und so weiter. Da nach dem Grossmaul fragen. Und hier das hier. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, mit dem Müller müssen wir auch noch reden. Okay. Aber da hier ein A drauf ist, würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt zuerst mal um diese Störenfriede. So, schön ist es hier. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon. Wir gehen mal Querfelde ein. Hallöchen, Hallöchen. Oh, und dann die Kirchenglocken. Ich finde, Kirchenglocken hat einfach irgendwie schön. Die erinnern mich an meine Kindheit. Das war auch relativ, wie soll ich sagen, naturbezogen ist übertrieben. Aber, ja, bei der Grossmutter halt. Die wohnte so ein bisschen, ja, schön. Und irgendwie, da hat man auch immer die Glocken gehört. Und schön war halt, wenn man die Glocken gehört hat, dann gab es meistens Mittagessen. Sind das hier schon die Leute? Nein. Klotz. Wir reden mal mit Klotz. Jetzt ist es aber doch freundlich, der Klotz. Weißt du, etwas über die Überpresser hier und das? Was ist mit dem Gerber passiert? Oh, ist was passiert? Nichts Besonderes. Wollte sich beweisen, wie jeder andere auch. Aber er kam nicht mal an Bohnenstange vorbei, dem jungen Spross. Dann jammerte er, wir hätten ihn beschissen und wollte sein Geld zurück. Also jagten wir ihn davon. Er kam ein paar Mal wieder und beschwerte sich über den Lärm. Er sagte, wir sollen abhauen. Seid ihr aber nicht? Nein. Und als er richtig nervig wurde, haben wir ihm eine verpasst. Und seitdem kam er nicht wieder. Traut sich nicht. Aber sein Maul hat er wohl immer noch offen. Ähm. Mir kam zu Ohren jemand Suche nach Männern, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Zu allem bereit? Was soll das heißen? Sowas Schmutziges wie dem Schinder zu helfen? Davon weiß ich nichts. Frag jemand anderen. Das meinte ich nicht, aber danke. Okay, Gespräch beenden. Wir reden mal mit Kyle. Gelobt sei Jesus Christus. Ähm. Was ist mit dem Gerber passiert? So sagen die jetzt alle das gleiche? Als es rund ging, war ich nicht da. Die anderen aber schon. Frag sie. Okay. Wie ich hörte, werden Männer gesucht, die zu allem bereit sind. Würde ich dich besser kennen, würde ich es dir vielleicht sagen. Drohen. Drohen. Geht nicht. Geht nicht. Okay. Da ist noch einer. Der Lulatsch. Hat noch nicht schon mal einen Lulatsch? Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Äh. Warum habt ihr den Gerber verdroschen? Der kam eines Tages her, verlor sein Geld und faselte, dass wir ihn beschissen hätten und ihm seine Kohle zurückgeben sollen. Der hat es echt drauf angelegt. Mir hat er erzählt, ihr wärt auf ihn los, als er euch bat, nicht mehr hinter seinem Haus Krach zu machen. Tja, das ist nicht unwahr. Aber er hat sich erst beklagt, als er sein Geld verloren hat. Vorher hat sie nicht gestört. Mir kam zu Ohren, dass Leute nach Männern suchen. Kann sein. Ich schufte im Steinbruch und die brauchen immer neue Hände, um die Gebrochenen zu ersetzen. Das habe ich nicht gemeint, aber danke. Ja, irgendwie, die reden alle, irgendwie, oder wir reden an allen vorbei, oder umgekehrt halt. Ohne Bohnenstange. Glück und Gesundheit. Jawohl. Ähm. Nein, zuerst möchte ich das mit dem Gerber wissen. Ihr sollt dem Gerber übel zugesetzt haben. Daran ist er selber schuld. Ach ja? Er wollte nur, dass ihr woanders hingeht. Das hattet ihr erzählt? Hühnerkacke. Er hat mitgemacht. Und sich erst mit uns angelegt, wie er sein ganzes Geld verloren hat. Er hat sich mit euch angelegt? Hätte ich ihm nicht zugetraut. Hat's versucht. Hatte aber nicht viel Glück. Einstecken kann er ja. Aber einen Treffer landen? Ha! Kein Wunder, dass er keine Kinder hat. Hm. Wie ich höre, wird hier nach Männern gesucht, die zu... Nein, aber ich bin immer der Letzte, der was hört. Wenn einer was weiß, dann hau drauf. Okay, hau drauf. Haben wir den schon gesehen? Ist hier irgendwo ein Hau drauf? Du bist Lulatsch. Du bist Kyle. Klotz. Und hau drauf. Aha. Äh. Oh, da haben wir gerade ein paar Sachen mehr. Ähm. Ich komme im Namen des Gerbers. Wir machen das zuerst mal so. Was macht ihr hier? Nichts Besonderes. Bloß eine kleine Feierabendklopperei. Ist gut für den Rücken und die Verdauung. Und für den Geldbeutel, wenn man es drauf hat. Mhm. Nein, noch nicht den Gerber. Angenommen, ich möchte mitmachen. Was müsste ich tun? Ganz einfach. Zuerst musst du Bohnenstange besiegen. Es sieht nicht allzu gefährlich aus, aber manches Nachts schläft er tief und fest und hat Gott auf seiner Seite. Danach kannst du gegen einen der anderen drei antreten. Egal wie. Und wenn du alle drei verhauen hast, kannst du dich mit mir messen. Klar. Der letzte Kampf ist also gegen dich. Ja, es heißt, gegen mich ist es kein Zuckerschlecken. Nur saures Obst. Okay, sowas ähnliches hatten wir ja schon mal mit dem Fischer. Möchten wir kämpfen? Nein, wir möchten zuerst, dass sie den Gerber in Ruhe lassen. Der Gerber schickt mich. Er sagt, ihr veranstaltet in der Nacht immer Radau. Und ich möchte euch bitten, das zu unterlassen. Ha, also hat seine Jammerei endlich Gehör gefunden, was? Lass mich dir was sagen, Grünspahn. Ich arbeite für den Vogt. Und wir machen hier nichts Unrechtes. Der alte Ledermann ist bloß am Heulen, weil er ein bisschen Silber verspielt hat. Der Radau hat ihm vorher auch nichts ausgemacht. Bei ihm klang das anders. Ha, natürlich. Sonst würde ihm auch keiner helfen. Geh und frag die Jungs. Die werden dir dasselbe sagen. Ist die Wahrheit? Ich nehme dich beim Wort. Aber was soll ich nun tun? So wie ich das sehe, hast du zwei Möglichkeiten. Scheiß auf den alten Lügner. Oder mach ernst. Was meinst du mit mach ernst? Ich möchte die ja nicht irgendwie verprügeln oder so, wenn die für den Vogt arbeiten. Also kann ja auch sein, dass der Gerber ein Date bist. Scheiß auf den Gerber. Ernst machen. Ja, wir können das ja mal testen. Was meinst du mit ernst machen? Ich glaube, du hältst dich für einen harten Burschen und denkst, wenn du uns verprügelst, überlegen wir's uns vielleicht. Aber Schlägereien sind uns nicht fremd. Wenn ich euch die Knochen breche, kommt ihr so schnell nicht wieder her. Ich bin ein anständiger Kerl, also mach ich dir ein Angebot. Wenn du das Turnier gewinnst, also uns alle schlägst, ziehen wir ab. Wenn nicht, hast du Pech gehabt und musst dich verpissen. Kein schlechtes Angebot, oder? Ich denke, das können wir machen. Wir machen mal. Ich will mit dir kämpfen. Was habe ich dir gesagt? Zuerst schlägst du Bohnenstange und die drei Narren. Wann habe ich Zeit für dich, klar? Okay, im Gespräch beenden. Weil, oh, nicht abstürzen, danke schön. Im Bohnenstange. Haben wir hier hinten. Wir haben ja unseren Stahlhandschuh. Da sollte eigentlich nicht viel schief gehen. Fäuste hoch. Los geht's. Und Fäuste hoch. Okay, ich gehe mal davon aus, das müsste zu schaffen sein. Aber wir können natürlich auch eines Besseren belehrt werden. Das werden wir in Kürze wissen. Ein bisschen Übung haben wir ja. So, einmal ins Leere. So, er ist ja natürlich gut in der Verteidigung. Das würde ich mal sagen. Ja, der ist relativ stabil. Jetzt habe ich den grünen Punkt verpasst. Aber dann machen wir das so. Gehen wir einmal mit ins Gesicht rein. Danach Kampf. Aber der ist stabil, der Kerl. Also das kann sein, dass die anderen dann auch nicht gerade ohne sind. So, das war aber eine ordentliche Kombination. Also, so langsam. Ich wollte gerade sagen, müsste er doch dann gegenüber sein. So, den plündern nur nicht. Doch, plündern könnte man eigentlich. Wir haben ihn schliesslich besiegt. Ähm. Hat er was dabei, was wir brauchen können? Truhenschlüssel. Kann man immer brauchen. Auch wenn wir die Truhe nicht kennen, die dazu gehört. Die Groschen nehmen wir auch mit. Jetzt werden wir wahrscheinlich dann gleich gesucht, weil wir den ausgeraubt haben. Das wäre allerdings blöd. Naja, gut. Äh, ich habe nichts gemacht. Der plündern ist nicht so schlau. Weil wir rauben die natürlich dann trotzdem aus. Es geht ja eigentlich nur darum, die zu besiegen. Gut. Der nächste bitte. Ähm, das wäre dann Kollege Lulatsch. Lass uns kämpfen. Vermutlich. Vermutlich. Wir gucken mal, ob es Glück war. So, das war schon mal kein Glück. Sondern. Oh. Ich wollte gerade sagen, sondern mitten ins Gesicht rein. Oh, der tritt. Na, nicht treten. Das macht man doch nicht. Da muss ich doch gleich wieder zuschlagen. Weiter. Nicht weiter nehmen. Ne, das glaube ich nicht. Im Gegenteil. Wir haben schon wieder gewonnen. Okay. Den werden wir jetzt aber weder töten, noch aufheben, noch plündern. Sondern wir hätten gerne den nächsten. Es sind nämlich noch ein paar. Ähm, Kyle zum Beispiel. So. Mal gucken. Jawohl. Ja. Das wollen wir eben genau sehen. Regnet schon wieder? Es regnet schon wieder. Okay. Dann. Oh, aua. Zack. Oh. Ein Schlag. Okay. Wir haben ihn, glaube ich, relativ gut getroffen. Oder der ist nicht sehr stabil. Das kann natürlich auch sein. Questlock, du hast gewonnen. Ähm. Müssen wir jetzt schon... Hä? Hä? Was macht der? Der... Okay, der... Ja, keine Ahnung. Der liest wahrscheinlich da die Kaputten zusammen. Muss man schnell gucken. Haben wir das jetzt schon gemacht? Oder müssen wir noch gegen den anderen kämpfen? Können wir durch rauf, Bolder? Ja, sieht so aus, als müssen wir jetzt noch gegen ihn kämpfen. Hier gegen den Hau drauf. Lass uns kämpfen. Genau, Moment. Ich will mit dir kämpfen. Was habe ich dir gesagt? Zuerst schlägst du Bohnenstange... Ach, die anderen drei. Okay. Müssen wir doch alle besiegen. Warum stand denn da von wegen Quest... Geschafft. Wir brauchen mal Klott noch. Kämpfen wir. Nicht schlecht. Aber jetzt legen wir einen Zeit. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben ja nicht ewig Zeit. So, mal gucken, ob wir wieder so einen Schädelbrecher-Ding hinkriegen. Das wäre noch schön, aber sieht nicht so aus. Ja, ja, daneben. Das hat dein Kollege vorher auch gesagt. Und danach lag er dann da nieder. Oh lala, jetzt hat er aber doch noch getroffen hier mal der Kollege, der nicht unser Kollege ist. So, einmal Arm abdrehen. Das ist immer schön. Oh, der trifft aber doch. Ab und an mal. Okay, wir haben gewonnen. Und das Badehaus ist ja auch nicht weit. Also, falls wir dann tatsächlich mal irgendwann noch ein Geschenk kriegen. Okay. Kyle haben wir noch. Lulatsch haben wir, glaube ich, noch nicht besiegt. Kämpfen. Einmal gegen Lulatsch. So, sorry, habe ich abgebrochen aus Versehen. Habe ein bisschen zu spät gedrückt. Fangen wir doch gleich mal so an. Immer schön mit den Füßen arbeiten. Oh, das. Der kriegt aber ordentlich eingeschenkt, würde ich mal sagen. Doch, doch. Ich wollte nur mal gucken, was du machst. Nicht viel Schlaues, offensichtlich. Links und rechts. So, jetzt. Haben wir den auch weg. Den nächsten, bitte. Das ist ja hier. Ne, Pferdchen wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier rüberklettern. Äh, mach mal. Jetzt. Klappt. Okay. Da haben wir noch Kyle. Wie sie überall rumliegen. Bohnenstange. Bohnenstange haben wir eigentlich schon verprügelt. Ich hoffe, das hat gezählt. Nicht, dass dann Bohnenstange auch nochmal fähig ist. Aber mein Gott. Sonst machen wir halt Bohnenstange auch nochmal kurz. Oh, ach, haben wir auch schon? Ne, dann haben wir aber alle. Aber er möchte trotzdem nochmal. Okay, da können wir nachher aber zum Chef sozusagen gehen. Und wenn wir den ja schon mal besiegt haben, dann sollten wir den auch nochmal erwischen. Relativ schnell. War das nicht der, der so schnell K.O. war? Glaube ja. So, ich muss sagen, das macht tatsächlich Spaß hier. Das ist rumprügelt. Wenn man so schön überlegen ist. Zu weit weg. So, jetzt ist aber näher. Und jetzt würde ich sagen, haben wir hier kurz einen Prozess. Wir haben echt noch anderes zu tun hier. Komm, geh down. Du bist ja zu deinem eigenen Besten, wenn der jetzt zusammenbricht. So, also. Du hast gewonnen. Nein, nicht pfeifen. Hier rüber steigen. So, jetzt haben wir aber alle. Würde ich meinen. Kollege, haut drauf. Ähm, kämpfen. Ich will mit dir kämpfen. Anständige Vorstellung. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, das siehste mal. So, jetzt kommt es zum Hauptkampf sozusagen. Hütchen konzentrieren. Aber ich glaube, allzu stark kann der auch nicht sein. Aber das kann natürlich auch täuschen. Nö, nö. Wart mal. Wir treffen schon. So, schon klappt es nämlich. Ah, der weicht relativ gut aus hier. So, Winkel weich prügeln. Oh, der schlägt zurück. Ich treffe ihn nicht. Der ist irgendwie fast ein bisschen zu bewegend hier, aber man. Juni, das Kontern funktioniert nicht schön. Ah, den kriegen wir schon auch klein. Der ist halt wahrscheinlich einfach stabiler auch, wie die anderen. So, wir haben noch eine neue Spezialisierungsstufe erreicht. Ah, jetzt habe ich den Kuh verpasst. Also, sprich, Kontern. Verlaut dort neue Spezialisierungsdingens. So, geh down. Bist doch, wie gesagt, zu deinem eigenen Besten. Wenn du hier nicht zu lange stehst. Oh, der ging schön daneben, der Schlag. Ins Leere ging der, sozusagen. Der hat dafür gesessen. Jetzt ist Feierabend. 375 Groschen. Und ich würde sagen, Kollege, jetzt lasst du den armen Gerber in Ruhe. Egal, ob er... Schon wieder gepfiffen. Heh. Egal, ob er selber schuld ist oder eben nicht. Ich denke, das haben wir jetzt geklärt. Wir reden mal nochmal mit ihm. Wo ist er denn? Liegt er noch? Ach, er ist weg. Wo ist neuer Chef hingekommen? Ich würde gerne von ihm noch hören, dass er jetzt den Gerber in Ruhe lässt. Ach doch, da liegt er noch. Okay, mit dem können wir nicht reden. Sollen wir mal gucken, was klotzt du der Geschichte meint? Ne, kämpfen wollen wir nicht mehr. Gespräch beenden. Ja gut, wir müssen mit dem nicht reden. Eine Abmachung ist eigentlich eine Abmachung. Ich würde sagen, wir reden mal schnell mit dem Gerber. Und erzählen ihm, was wir gemacht haben. Aha. Sie haben mir etwas anderes erzählt. Dass du freiwillig mitgekämpft und ordentlich Silber verloren hast. Ist das wahr? Zuerst habe ich mitgemacht, aber wie ich sie beim Bescheißen erwischt habe, haben sie mich verbläut. Und jetzt muss ich mit dem Radau leben. Naja, wir haben... Das haben wir eh schon gemacht. Ich könnte mich um sie kümmern. Haben wir doch schon gemacht. Nun ja, du siehst aus, als könntest du da gefassen. Das haben wir auch schon gehabt. Vielleicht kann ich das mit Ihnen frieden. Okay, nee, das hat nicht ganz geklappt. Hier treten Sie zum Mut. Äh... Irgendwie die... Vielleicht kann ich sie zum... Die Quest packt ein bisschen. Jetzt komme ich wieder raus. Okay. Eigentlich müsste die Quest doch jetzt abgeschlossen sein. Liegt der noch im Match oder steht er wieder da? Nee, der steht wieder da. Jetzt können wir vielleicht das Ganze besiegeln. Ähm... Sieg gegen Haut drauf. Prügelt euch woanders. Übung. Sieg gegen Haut drauf. Was? Wie? Wo? Guter Kampf. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du warst ziemlich gut. Aha. Das muss ich dir lassen. Die wenigsten kommen an mir vorbei. Also spitz die Ohren. Ich will dir was stecken. Ach ja? Es gibt hier Leute, die nach harten Kern suchen. Und ich würde sagen, du eignest dich. Wenn du heute Abend in der Kirche Licht siehst, geh rein und warte ein Weilchen. Wenn du ihnen gefällst, haben sie vielleicht Arbeit für dich. Danke. Ich überlege es mir. Okay. In die Kirche. Ähm, ja. Und prügelt euch bitte woanders. Pass mal auf, Jungs. Ich möchte euch hier nicht noch einmal sehen. Sucht euch ein anderes Plätzchen. Na gut, aber wenn du dich widerschlagen willst, bist du stets willkommen. Ich wette, nächstes Mal siehst du den Kürzeren. Vermutlich. Okay. Können wir jetzt vielleicht im Bogen noch was machen? Ich möchte mich im Faustkampf verbessern. Selbstverständlich. Okay, fortgeschritten. Können wir das jetzt machen? Ich möchte meine Technik... Zuerst musst du was auf dem... Ah, immer noch nicht. Gut. Wir gehen mal raus. Aber ich muss mal kurz gucken, ob wir nicht vielleicht... Ich denke darüber nach. ...noch eine Spezialisierung... ...ähm... ...bekommen haben. Frag das verwundete Grossmann im Kloster nach dem Pressen. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt für die Aufgabe fehlgeschlagen? Ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen. Arg! Ist der gestorben oder abgehauen? Naja, wie auch immer. Kann ich nichts machen. Alles gleichzeitig geht halt beim besten Willen nicht. Hier bei der Stärke haben wir etwas. Da könnten wir Huckepackes Leichen schleppen. Und das ist... Ausdaueregeneration ist nicht verlangsamt. Was ist furchterregend? Deine Feinde sind eher geneigt, die Flucht zu ergreifen, anstatt gegen dich zu kämpfen. Diejenigen, die dennoch kämpfen, sind dabei weniger entschlossen. Das klingt doch gut. Nehmen wir mal. Wir werden furchterregend. So. Hätten wir alles. Wie sieht es hier aus? Ähm... Blöd jetzt, dass das eine da irgendwie weg ist. Aber okay. Da müssen wir halt was anderes machen. Berichte dem Gerber, wie die Sache ausging. Okay. Das heisst, wir müssen nochmal kurz zurück. Dann ist er jetzt anders geschaltet sozusagen. Sprich... Ähm... Wir können ihm jetzt davon berichten. Hallo Gerbers Frau. Da ist er doch. Der ist immer noch am Gerben. Ich habe mich um die Raubeine gekümmert. Heute wirst du einen ruhigen Abend haben. Gott segne dich. Und hier hast du was für deine Mühen. Im Gegensatz zu dem jämmerlichen Vogt. Wenn dich wieder etwas bedrückt, sag Bescheid. Ja. Schon wieder 300 Groschen. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Jetzt haben wir hier einen neuen Vers. Kampf noch etwas. Moment. Ähm... Ja. Aber... Oh. Da könnten wir nochmal gucken. Moment. 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 Wir müssen nochmal hier hoch. Vielleicht können wir jetzt die Übung machen. Jetzt sind wir ja wieder ein bisschen höher gekommen. Jetzt sind sie weg. Come on. Klotz. Klotz ist noch da. Aber mit Klotz kann ich nicht üben. Ist das der hier unten? Ist das Hau drauf? Nicht direkt. Es ist ein Gerber. Nein, nein. Ist alles in Ordnung. Wie meistens. M. Questlock. Okay. Wir müssen hier hin. Begebe dich zum Treffpunkt der Presse und finde heraus, wo sich ihr Lager befindet. Das ist bei der Kirche. Und das sollen wir machen, wenn es dunkel ist. Und dunkel wird es ja gerade. Wir gehen mal zur Kirche. Was zum Teufel? Und begeben uns da mal in Position. Oder haben wir irgendwie Hunger, dass wir gerade... Äh... Ne. Sattheit ist in Ordnung. Das können wir also noch machen. Energie haben wir auch noch. Das heisst, da müssen wir überhaupt nichts machen. Wir müssen einfach zur Kirche gehen. Oder kommen. Oder reiten. Oder machen. Oder tun. Einmal über den Fluss. Ich bin schon wieder fast reingefallen. Aber jetzt. Das wäre doch. Hier ist er doch. Der Hau drauf. Moment. Da steigen wir noch mal kurz ab. Ich möchte gucken, ob wir nicht doch noch ein bisschen skillen können. Ne. Das ist nur Lulatsch. Wo habt ihr denn den Hau drauf? Das ist nicht der Hau drauf. Naja. Ist ja egal. Wir werden eine andere Möglichkeit finden, um das noch mal zu kontrollieren. Zack. Schon wieder den nächsten umgeritten. Und abgestiegen. Und den Kirche. Das ist nicht der Eingang. Wo ist denn der Eingang von der Kirche? Habe ich den nicht eh schon mal gesucht? Was? Hallo junge Frau. Ne. Wir wollen sie nicht beklauen. Hier ist der Eingang. Ja. Schön. Stilvoll. Ja gut liebe Freunde. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, was da kommt. Wir werden die bösen Buben sozusagen kennenlernen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis denen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.